zur nächsten folge tapas läuft ab world safe in 30 sekunden hier schwertig steine ich wollte was ich wollte ein banner bauen aber kennt sie doch oder da kommst du von a nach b von b nach c dann wieder eine a über d hier ach ja wie kennt lederrechte ich brauche leder sie gab es alles lauf doch nicht weg werkbank eine der werkbank 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 wo sind die groß scheiße das geht nicht da also da müssen wir sagen und einfallen lassen ich hatte versucht unten an die ersten säulen dran zu machen aber das passt da passt nicht die sind zu groß ja ja wollte ich auch wissen wo die sind nicht breit genug ich sagte wir müssen zwei machen wenn sie wollen können sie gucken will ich eigentlich der stein hier lässt mich nicht ja warum sitzen denn da auch im dreck da ein stein hinkriegen möchte damit ich dahinter stein hinkriegen kann das ist das stein oder ich durfte geile sache ich gehe mal stein holen schon wieder weg ja cool ja cool also das ist zum alten zum alten ich bin also bevor du jetzt versuchst durchs portal zu springen das klappt gerade nicht ne ich hab's abgerissen ich muss auf die andere seite setzen ich muss auf die andere seite setzen auch stein hast du stein ich bin dran ich beim sag mal komm mal her du kleiner wichtig zwerg so siehste das ist nicht mehr wie vor 200 tagen dass ich vor dir abhaue nee so portal ist verbunden sehr schön nein ich hab angst ja ich willste nochmal herrlich der spitz hat einfach mal einen gräuligen platt gemacht wäre schön gewesen wenn er sich jetzt in zwei hälften so geteilt hätte die idee ist schön ja einfach mal so weißt du so schädelspalter auch stein ja erzähl mir mal was neues ich brauch kein holz wow du wolltest was neues hören bist du selber schuld ja wenn dir die neuigkeit nicht gefällt hier laufen schwänze rum riecht wie verfaulter fisch ob ich glibber essen kann ob das geht 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 nicht geht nicht geht nicht scheiß spiel die installieren runter werfen raus damit immer wieder das gleiche ja wie weit wollen wir diese plattform eigentlich noch heraus tragen weiß ich nicht ok ich hatte gerade erst mal irgendwas die erde ist nicht rund ok das könnte sogar stimmen nee das ist oval du trägst zu viel ich komme noch durchs portal das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich auch stein ja kommt jetzt ja kommt jetzt ja noch was hier hat sich cool stein 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 ich habe sie runter geworfen ja ja ist gut so wir machen jetzt erstmal das weg das weg wieder kommen auch dahin werfen da braucht kein mensch kohle kommen auch dahin werfen so kann ich wieder rüber laufen kann hab gap kap cap kap hallo jemand da wie es bei dir gerade klingt nein aber gar keiner und haben uns damals hier erschrocken als ein Troll kam weißt du noch wie der die allererste Werkbank da weggerissen hat ist auch schon ein bisschen her oder unsere Downhill Drift Rally in der Hoffnung wir erwischen die Brücke oh ja das waren noch Zeiten ja ja war ja schön und zu diesem Downhill kam da so ein kleiner Stöpsel Papa mir ist langweilig äh legendär ja das war so großartig ne vor allem das ist ja ich glaube ich habe das schon gefühlt eine Million mal gesagt du siehst ja in der Kamera von mir wie der hinten reingetigert kommt halb verpennt das war ja siehst du halt vor allem vorher so dieses dieses Licht da im Flur angehen ja irgend so ein Lichtstrahl der da kommt und dann kommt die Nummer das war der Hammer der ist echt schon der Knaller ja Vaterfreuden ja oh meine Axt ist kaputt äh kann ich hier Bronze reparieren geht das hier eigentlich ja da müsste er eigentlich ja ich meine auch ne aber ist ja auch nicht schlimm ich kann ja durchs Portal rennen ich komme ja sowieso an der Schmiede raus ja das habe ich extra nur für dich gemacht lüg nicht du wirst nie erfahren ob ich dich anlüge Idiot bitteschön ja danke hello äh ich wollte meine zweite Axt wo ist meine zweite Axt eigentlich hin das weiß ich nicht ich glaube die die sind in der Kiste das könnte oh hello hello ich bin's die Tapa ich bin's oh oh bam 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 so nehmt wir die noch mit brauchen den Hammer ja komm den Hammer nehmen wir auch mit so es ist ein fang ich will you will you pass it's a mal über dem 1 1 fauber Das könnte was werden, ne? Tja, ja. So. Wenn mich dieses Bausystem aufhört zu ärgern, gerade. Komm her. So. Und diese Graufiecher. Die nerven auch gerade. Graufiecher? Ja. Ähm. Scheiß Sonne. Ich seh nix. Es passiert schon mal. Da ist die Sonne, die steht so beschissen. Das lassen wir so. Das lassen wir so. Mal gucken, ob es ihm auffällt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du hast da irgendwas weggerissen. Wie kommst du denn da drauf? Ich hab's bei dir im Stream gesehen. Ach. Der Stream lügt. Als würde ich da irgendwas wegreißen. Soll ich den wegreißen? Au. Wie au. Der mit Dingen nach mir hier, der Kollege. Echt? Werf zurück. Nee. Hier mal zurückwerfen. Ich schlag lieber. Ja. Mir fällt gerade auf, hier stehen zwar viele Steine, ne? Ja. Aber der größte Teil sind einfach für... Ähm. Ähm. Sag mal schnell. Baumstämme. Baumstumpfe. Ja. Woher wohl die kommen? Woher die wohl kommen? Woher wohl die kommen? Ja. Woher wohl? Woher? Sag mal. Sattlana. Sag mal. Weißt du nicht, da war. Bin vielleicht da, wie ich ihn gemacht war. Drodum. Drodum? Nein. Glaub nicht. Glauben nicht. Haben wir auf eine Insel. Weißt du wo? Kam heute in Folge. Haben wir gesehen. Oh, die Odin. Odin. Ich hab nur gesehen, dass wir uns diesmal bei der Schlange nicht so blicken. dem nicht angestellt haben. Das kommt noch dazu, ja. Und dann sind wir danach in den komischen... In das Häuschen da rein. Und da haben wir jetzt erstmal wirklich Odin wahrgenommen. Und du hast noch bei mir im Stream nachgeguckt. Jo. Da war was. Ja. 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 Die Folge kam heute. Und wie lange ist sie her? Zwei Monate locker. Nichts mehr mehr. Ich überlege, was ich da noch rumliegen habe an Material. Würde ich sagen, locker mehr. Es geht eigentlich. Ich rede других. Ja. Und so war es sicher. Ja. Ganz von. Ja. Joalo. es geht eigentlich geht eigentlich geht es eigentlich habe ich ein wildschwein hatte hatte also mit so einer spitzakt kannst auch wildschweine töten das funktioniert auch wunderbar die körper teilen dann hast du zwei wildschweine hello wenn sie haben bestellt stein werfe ich ihnen runter nehmen nicht nehmen nicht ich habe keinen stein mehr wo ist denn da liegt stein ja halte ich was von du benötigst feuer in der nähe ist er jetzt nicht wahr oder es regnet deswegen haben wir kein feuer in der nähe wir könnten unten zu unserem häuschen gehen ja da werden wir auch kein feuer haben ja da müssen wir nur ein bisschen holz reinschmeißen holz habe ich dabei glaube ich hier liegt genug rum auf dem weg schmeißt das einmal da in den kessel rein und dann ist doch gut schon haben wir vorher in der nähe ich kann edelholz nicht verbrennen ich bin nicht mehr nass ich könnte mich jetzt hinlegen ich liege und du bist nass du bist nass ich liege dann bis zum nächsten mal und bis dann